Ja, mit so einer Musik vertreibt man normalerweise die Junkies am Hauptbahnhof, sag ich mal. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer, wenn ich Geigen höre, denke ich, ist irgendwas mit Oma? Ja, vielen Dank, war wunderschön. Ja, wer von euch hat danach jetzt Lust auf Stimmung? Habe ich mir gedacht, deswegen haben wir auch keine Kosten und Mühen gescheut und die Granate unter den Stimmungskanonen engagiert, nämlich Moin. So, und ab geht da der Peter. Boah, ein bisschen Stimmung hier in den Bums bringen, oder? Ist der Kunde in deinem Arsch das Loch? Kaut er dir ein Ohr ab, wie Tandboch? Und redet er nur blanken Stutz? Denn ein weiß ja, wen du fragen musst. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Komm her, lass das doch mal den Papa machen, der Papa macht das schon ganz gut. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Läuft beim Verkehr ganz viel verkehrt, weil deine Frau sich nur beschwert, du wärst der allerschlackste Schwanz. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Lass das mal den Papa machen, der Papa macht das gut. Komm, Solo! Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Aber weißt du, es wäre auch echt hilfreich, wenn du nicht immer alles und jem mit deinen Pimmeln zuschmierst. Ja was, ich verteidige schon doch deine Familieniere. Kein Thema. Rutscht dir dein Leben aus der Hand und fährt mit Volldarm vor die Wand, dir fehlt im wahrsten Sinn der Simp. Ja, dann rufen Papa, weil der kriegt's hin. Und alle! Lass das mal! Lass das mal, die Papa macht das Glück! Gut! Lass das mal, die Papa macht das Glück! Noch besser! Lass das mal, die Papa macht das Glück! Und noch einmal! Lass das mal, die Papa macht das Glück! Lass das mal, die Papa macht das Glück! Danke von Zippo! Vielen Dank!